Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist er, the one and only, Matthias Schwalzer-Küver! Ich könnte aber eigentlich auch so, guck mal, das hältst du nicht so gleich. Ja, nicht so mal. Vielleicht ganz amüsant, ich würde... Hallo! Ich würde ganz gerne anfangen. Prost! Ein bisschen wie Gotthil Fischer auf der Erotik-Pray damals, ne? Als sie eben versehentlich Camille Tee in seinen Ecstasy geschmuggelt haben, ne? So! Ja! Wo ich gerade da so... Es ist Zeit für Bodylotion.. Finde ich. Es ist.. Es ist der Fuß... In Battlefield einfach Lachen. Es ist der Fu- Erz ist lustig, das L�o da��� über Neopassasssssssssssssssssssssssssss. Ist doch was lustig, wir haben einen schla-la-la-la-lie-fu-son. Nicht 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 ein richter Fußgenossgans. So! So! Wir machen weiter! Mache ich denn jetzt? Das hier ist ein eiskalter Aschi. Bei mir den schnell trinken passiert folgendes Ja, 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 ja.